Okay, Leute, es geht gleich weiter hier in diesem Part. Und zwar habt ihr gemerkt ja, dass ich hier einen Cut gemacht habe. Ähm, ja, wir haben jetzt alle unsere Kräfte, die wir brauchen. Das wollte unsere liebe Musk hier doch nicht sagen. Was das aber letztendlich, äh, wirklich bedeutet. Das, was ihr anhalte LB gedrückt, um die Winde vom Huracan zu beschwören. LB und A. Ich habe aber gar kein Mana. Ja, aber ich habe keine, keine... Oha. Aha. Ich würde ja gerne hier... Ah ja, 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 ja. Ich würde ja gerne die, die Huracanschen, äh, Winde beschwören. Autsch. Blödes Viech. Ich versuch's, ich versuch's. Aber der wehrt sich, der ließe Sack. So. Autsch. Ha. Das ist nie getan. So. Er will sich von Tab nichts erzählen lassen. So. Können wir ins Wasser? Ah, hier ist noch etwas zum Einsammeln. Habe ich mir doch gedacht. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge. Mit 27.000. Dann gehe ich jetzt mal hier drauf. Und schau mal, ich habe hier die Winde von Huracan. So, das nächste und letzte ist ein 16.000. Mal schauen, ob wir das auch noch kriegen. Ich würde sie gerne mal beschwören. Ganz ehrlich. Okay. Sieht sehr cool aus. Muss man sagen. Bin jetzt mal gespannt. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Kurze Pause, Leute. Habe nämlich eine Doppelfolge draus gemacht. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Da ist nochmal Lebensenergie. Und da unten ist nochmal. Punkte. Weil wir wollen es ja zumindest versuchen. Alle Kräfte zu bekommen. Okay. B drücken. Und anschmiegen. Wer speichert. Sehr schön. Oh, oh. Eine Rutschparty. Ich denke mal, an deren Ende ich dann schwingen muss. Oder gleiten muss. Habe ich. Hallo, Leute. Jetzt kommt Huracan dran. Okay, das ist gleich mit Blick zu ihm so. Nicht schlecht. Danke. Geh. Ah. Wollte ich noch ausweiten, war ich zu langsam. Der Secret Warrior ist zu langsam. Wow. Wow. Okay. Oh, wow. Ich hab die Schnauze voll von dir. Die und deinesgleichen. Da. Ah. Ach, die sind doch. Oh. Oh, aber auch nicht schlecht, Leute. Oh. Da hat mich in der Luft erwischt noch. Ja, ich wollte, dass sie eigentlich mit dem Skorpion machen. Sieht so aus. Hat aber ehrlich gesagt schon gereicht. So. Bei links ist es nochmal was. Einsammel-Technisches. Gut. 15.000. Nicht mehr weit. Da ist Lebensenergie. Aber das sieht schon wieder nach der nächsten Kampfharena aus. Und es wird auch noch gespeichert. Das ist sehr verdächtig. Ist das? Ist da mit Worms? Na, ganz prima. Wum ich da durch? Ne, da komm ich nicht. Das sind so viele Würmer, schaut mal. Ja, mach ich. Die halten. Okay, nächste Power. Und letzte Power. Die Winde von Huracan. Hallo? Achso. Ich muss jetzt runter gehen. Ja, möchte ich wirklich. So. Genau, ich habe jetzt mal alles soweit. Mana verbessert. Bäh. Ah. Da vorne habe ich glaube ich ein paar verschont, aber das ist jetzt mal in Ordnung. Ich will ja eigentlich gar nichts wissen. Okay. Ich meine, ich habe ja gegen die gar nichts. So wie Marlow wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn natürlich, sie lassen uns nicht in Ruhe. Drücken. Oh, da kommen schon die Nächsten. Ja, ja. Oh. 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 Das ist aber ein ganz schöner Parcours. Okay, denen tun uns gar nichts. Okay. Die Prophezei hat auch nichts gesagt, dass ich hier jetzt gleiten muss. So. Oh knapp. Da hätte ein bisschen gleiten auch nicht geschaltet. Hallo du. Okay, nur die mit den, mit den bösen Augen tun uns was. Da müssen wir hin, nehme ich mal an. Zu früh losgelassen. Ja, ja. Tschüss. Ja, ja. Da habe ich ein bisschen zu viel losgelassen. Sorry. Sorry, Crap. Okay. Da ist nochmal einer. Ein kleiner war er zum einsammeln. So, muss ich das auch übergleiten. Oh, schaut mal. Da ist ne ne, ja. Würmerstrecke. Ah. Chuchu. Geh deine Zeit und versuch es wieder. Okay. Aber schön. Äh halt. Aber schön, dass man, dass die, die Kontrollpunkte sehr schön gewählt. Ah. Und. Ah. Ja, ich tue es aber doch. Ja, dann muss ich auch gleiten. So, dann arbeiten wir uns da mal durch, würde ich sagen. Ja, einfach weitergehen, die Warnung. Du kannst ruhig hier den Rasen mehr machen, aber dann bitte einfach weitergehen. Genau. Wow, sind das viele. Aber mit unserer schönen Waffe. So. Wo die Schamanen hausen. Hallo, Leute. Wo sind das Schamanen? Autsch. Aha! Ja, das sah es. Ich glaube, das sollte es auch sein. Autsch, da bin ich da noch schön ausgewichen. Aua, den wollte ich doch übernehmen. Oh, der hat gerade selber seinen eigenen Kumpel erledigt. Und da kommt es aber nach. Na, der kommt immer wieder nach. Na, der kommt immer wieder nach. Aua. Aua. Ne, also, äh, die warten nicht, während ich jemanden übernommen habe. Aua. 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 Das ist echt heftig. Dann war die mich auch aus der Ferne beschießen. Gut. Ich hoffe, dass jetzt mal keine mehr kommen. Oh, dem habe ich schon seinen Helm weggenommen. Autsch. Oh, Leute. Oh, shit. Die machen nicht alle zwei. Kannst du nicht ein bisschen über die Klippe gehen? Vor allem, ich habe ja auch nicht die Ruhe, um hier was aufzusammeln. Das ist ja... Nein, auf den anderen will ich. Die da. Ich glaube, dass ich den eher... eher, äh, bekomme. Ah, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen. Geh weg, Marlo. Nein. Wo sind sie? Ah, da sind sie. Weg, 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 weg. So. So. Hab ich nicht. Oh, ich bin in die falsche Richtung los. Ah. Nochmal Nachschub. Von den Dicken gibt es auch Nachschub. Och, Leute, nicht mehr, oder? Von den Dicken gibt es auch Nachschub. Okay. Shit. Ich bin... 5 und ich kann gar nichts mehr sagen Okay, jetzt hole ich mal die dickere Waffe. Jawohl, hau dein Kumpel. Autsch, dein nicht mich. Ich sollst deinen Kumpel hauen. Ah, falsche Richtung. Ich habe in die falsche Richtung geschlagen. Aber jetzt hat der auch wieder seinen Kumpel. Ah, wie? Jawohl. Schlag zu! 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 Na komm! Also der Kleine ist auch recht stabil. Ich dachte eigentlich, dass wir den langsam mal erwischen können. Langsam mal erregt haben. Du bist hier. Also der Kleine ist sicherlich. Schöne mit dir. Ja. Na das klar. Mach hier, mach hier. Mach hier. Energie aufgeladen, sehr schön. Nein. Ah. Ich mag das immer nicht, wenn ich sie nicht sehe. Ich halte B und er reagiert immer nicht. Oh, voll daneben. Oh, voll daneben. Nein, was sie zuhiden? So, aber jetzt gibt es scheinbar von den dicken keinen Nachschub mehr. Das heißt, du Kleiner, wenn du den erledigst, solltest du den erledigen, ich meine. Das heißt, mir. Boah, Leute. Gut. Noch irgendwas zum Einsammeln hier. So lange der nicht weg ist, geht da hinten das Ding nicht auf. Der ist echt stabil. Ja, also. Oh, das wird gespeichert. Gut, Leute, ihr seht, wie wenig Mana ich habe. Und das habe ich jetzt auch bloß, weil ich den gerade erledigt habe. Ich mache hier jetzt einen Cut. Ich brauche echt eine Pause. Und wir machen dann im nächsten Part weiter von Marlowe Bricks and the Mask of Death. Also, bis dahin. Ciao.